seien hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Käfig und diesmal mit facecam hier so guten tag guten abend wer bist du hallo ich bin's ich weiß nicht ob ihr schon irgendwie facecam videos von mir gesehen habt oder so aber da ist der baby kaufstrum mit der kappe also ja genau warte ich kann mit dem finger hin zeigen genau da sitzt baby kaufstrum mit der kappe ich weiß nicht wo ich es sehen kann ich schau mal jura ist der Skelett noch da ja das ist ein Skelett da ist nämlich eine Leiter und du musst mir sagen ob bei dem Pfeil ankommen okay die Leiter geht nicht bis ganz oben wenn man es sehen kann ich weiß nicht ob es funktioniert das schaffe ich safe nicht schieß mal warte ich muss glaube ich weiter runter das ist ein bisschen Gold folge folge haben wir nämlich hier ähm ne es sind noch keine ankommen muss gerade runterschießen du kannst nicht der Bogen schießt irgendwie nicht nicht ah jetzt bist du drauf ja noch mal das ist grad noch mal noch mal noch mal aber fast ich hörte ich hörte Pferde komm schon ich hab nicht so viel Pferde ich hab noch 15 Pferde im Natar der Bogen schießt irgendwie äh ja die Dings pflanzen wir auch gleich ne fast noch mal noch mal also wirklich ganz knapp bis weiter nach links der Bogen schießt irgendwie jetzt hast du es troffen jetzt hast du es troffen ich glaube einmal noch treffen oder zweimal jetzt jetzt hast du es killt es killt hast du es schief nicht aber da liegt ein Bogen lol ich hab einen Bogen was keine 50 Meter was ist das achievement ich seh dich gar nicht da oben oder Morvin 50 Meter warte ich bin jetzt auf Höhe 143 okay kann ich jetzt ganz rund um zu dir das ist sowas von safe 50 Meter ja ja warte kurz ich schnell mal rennt es ganz hoch nein als der Plus war ich seh dich einfach nicht mehr da oben da oben kommst du Wom geht das nicht ja genau da oben kommst du oh mein Gott kommst du ja ich komm schon ich komm schon okay ähm ja eigentlich wollte ich hoch gehen oder warte 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 ich wollte eigentlich schauen genau 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 Clay oh 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 ich würd mich runtergraben irgendwo oh oh warte kurz wie ist Wasser grad äh Dings ist geradeaus runter hallo mein ja geradeaus runter ich glaube ich geh Lappes mal hoch nämlich wollte ich die Seeds da Franz und wir haben noch Seeds aber ich hab keinen Platz mehr was wirklich dir ist warte mal ja also voll viele dir ist hab ich auf keinen Platz soll ich runterkommen oder warte ich komm runter ich hab nicht Platz noch ich glaub Zucker brauchen wir da oh okay alle sind wirklich die ist die verkehrt bei mir das sind doch bei dir ist so eine richtige Höhle la 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 war das so warte ich baue die anderen ab hier sind noch welche aber äh Dings haben wir ja ich hab voll gerne die wir haben wir haben schon Tees gefunden gell stimmt die Leute sollen mal Dings machen wir als äh Fanart von Minecraft äh Käfig also genau ich kann mich da bauen wo nicht da bauen ja genau könnt ihr hier Fanart machen von Minecraft Käfig wo irgendwie Flo und ich ganz seit sterben auf der Folge voll geschrieben Baumir SoulSend könnt irgendwie ähm bei Instagram ähm genau jetzt eingeblendete Name äh könnt ihr hier auch nicht das sind doch mal Dings gell könnt ihr einfach äh taggen und oder auf Twitter hier auch jetzt eingeblendet einfach auch ich muss auch noch ich muss auch noch hochkommen ja einfach hier äh taggen und ähm Fanart schicken dafür ich vielleicht nächste Folge hier auch das Dingsend ganz Fanart und überein nächste Folge wo ist denn ein Leiter ach Leute da hinten ja genau da ist ein Leiter ach ich höre ein Enderman wo ist der Enderman ja richtig viele Monster bei der Leiter bei der Leiter ne warte das ist oben gell oh ja ist übel viel Gold ich glaube wir haben schon genug Gold für den äh super Apfel aber ich glaube ja genau die haben auch geschrieben äh super viel Gold abbaut ich habe so ja ja genau die haben auch geschrieben wir könnten so ein Notch Apfel bauen äh warte ich mach jetzt kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder warte 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 ich kann dich poten ich kann dich poten kannst dich poten okay dann geht's auch okay nice äh also wir sind fast oben oder ja genau genau so okay haben wir jetzt schon haben wir schon mehr was genau warte kurz warte kurz ich kann dir jetzt kurz zeigen ne warte Clay hast du das Clay du hast du das Clay krieg gell oder SoulSend wo hast du SoulSend ich hab richtig viel Klee wir machen jetzt schieben ja genau was brauchst du das drei Clay da 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 drei Klee Blöcke ich hab so viel Klee ja warte kurz das Crafting Table warte mal warte mal äh warte ich geh kurz runter ich brauche Crafting Table das Clay bin ich meine muss sneaken was? warte kurz so wo bist du was genau drei Blöcke ich bin jetzt unten wo ist unsere Base überhaupt warum hast du unsere Base zugeschüttet ja das ist ja wir haben eine kleine Base jetzt hier oder was ist zugeschüttet ist kein Eingang mehr hier war ein Eingang Mann wir haben ihn ja Leute jetzt oder? ja Leute das ist dumm naja schau schau jetzt baue ich mal so schau hier ist Clay nämlich schau jetzt machen wir es so oder warte mal warte mal kannst du das abbauen und hier Clay bauen weil Leute ihr habt die ganze Zeit geschrieben Folge Folge so durcheinander besser ja ja ich hab sie gesehen äh nämlich ich hab Folge Folge geschrieben dass ich das oben irgendwie wenn wir eins so einen Balken bauen dass wir oben das oben spawnt Folge Folge war es irgendwie oder verzweifelt ja stimmt ich hab voll viel geschrieben ja das war irgendwie äh die glaube ich hab die Pilzkür oder sowas halt komm mal her warte 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 ich muss gerade schmelzen so aber ich kann die nicht hinbauen hast du meine Öfen auch Portnern meine Öfen ist noch da ich wollte ich werde ich werde äh ich hätte gerade fast hier die Dings äh die Kleeblöcke ins Loch reinkaut bei der Leiter aber dann immer drei Kleeblöcke muss ich schmelzen ne nicht schmelzen ich schmelzen ja kannst ne 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 die nicht die nicht den musst du oben einfügen aber ich kann nochmal kraften die kannst du schmelzen da kann das färben eigentlich Sekunde so die kann man schmelzen so äh Dings warte das ist mein egal das war eigentlich unnötig der coole Block so warte jetzt geh mal hoch jetzt geh mal hoch warte du musst genau da vorne hin ich hab Water Bottle Water Bottle so warte komm mal her ich mag die Leiter nicht ich mag lieber eine Normaltrippe hier ist Clay das musst du hin das musst du noch abbauen eh warte ganz ganz runter also nicht ganz runter eins weiter runter bei mir komm mal runter so hey mit was kann man eigentlich Dings äh Zähmann ich weiß nicht mit Zies oder? ne mit mit äh Heu oder sowas ey wir wird Dirt bekommen oder? ich hab Dirt ich hab Dirt ich brauch Dirt warte mal warte mal warte mal warte mal wir brauchen eine Sensor ich glaub wir haben unten eine Sensor oder? na warte soll ich nicht die Mannsensor craften? warte baum mal unten die Kleeplöcke hin eins weiter runter das ist die Mannsensor ich hab ganz früh mal die Mannsensor gemacht weil man genau das ist mit solchen Suppen schau mal ich lass mich nicht wirklich man kann einfach Suppen man kann einfach Suppen da hingehen und Suppen machen oh lol und free Essen lol warte wir brauchen das lol da komm mal her wir brauchen aber das steckt nicht wir haben da free Essen jetzt schau das musst du jetzt so machen hä hallo ich hab Partikel aus deswegen sehen wir das oh lol das waren Dings gell oh lol ja nice wieder aus Dings ich hoffe das eine wachs da du kannst geh mal mit dem Dings was ich dir gegeben hab mit dem Mushroom Stew ich hab noch oh nein das wollte ich nicht warte Essenz das mal wieder ok nice mach das mal mach das mal hier hast du noch die Seeds äh genau stimmt äh warte kannst du mal unten die Blöcke placeen ich hab jetzt hab ich nichts mehr warte so da noch da noch da noch da noch dein Block noch äh kannst du mal unten da die Blöcke rein platzieren bei Clay warte komm mal mit nochmal ich schau was oben passiert ich wollte eine eigene Trip ist mir egal ja mach das so ähm ich bin unten in ein Dings da ist nämlich Clay warte mal wenn das unten noch nicht geschmolzen also ich mach jetzt einfach selber so Sekunde ey ich hab aber geschmolzen ja nicht geschmolzen hast du alle reingelegt? nein hab ich nicht äh nein mein Gold für den Goldapfel ohol Monument complete sag ich doch riesig ja sag ich doch easy wenn du ein normales Clay braucht? ja ist grad ein Clay normales Clay denke ich halt ok geil oh da liegt der T wem 16 CT Flo wir haben 16 CT oben ist gegen wegen Clay ist der T irgendein Dings ist der T irgendein ich hab keine Ahnung ey wir müssen Deppling Leather machen oder? ah ne warte haben wir schon wir haben schon Deppling Leather wo finden wir ein Schwein? Clay Clay äh TNT brauchen wir irgendwo TNT? ich hab grad nen komischen Sound da haben wir irgendwo brauchen wir irgendwo TNT Blue Stained Clay Green wie soll ich denn ein Skelett killen von mehr als 50 Metern? Lime wenn das nicht geht Yellow haben wir Yellow Clay da ist Yellow Clay Flo easy hä ja da brauchst hin brauchst hin warte kannst du irgendwas abnehmen ja ich schmeiß einfach der eine sub da weg Yellow das ist Yellow was kriegen wir glaubst du? so das nicht oh dann Monument complete warte ich geh hoch kriegen wir irgendwas Monument complete ein Ozelot ein Ozelot lol wir kriegen Katzen dadurch aber wir brauchen Fische wir brauchen Fische wir brauchen Fische haben wir die Kiste da wir brauchen da wir brauchen da einen Chest einer hab ich gesagt wenn man da so einen Chest baut am Rand ja es geht nicht irgendwie groß dann kannst du das zu einer Doppelchest machen voll das kannst du da machen oder? ne doch da kann ichs machen glaube ich oder? weil ich mich irre oh lol es gibt wirklich Clay Gold Nuggets eine Dandelion und eine Musikdisk eine Dandelion ein Musikdisk ja ein Musikdisk genau was wir haben ein Musikdisk gemacht gibt es ja auch irgendeine Achievement äh ich glaub nicht Delicious Fisch Catch a Cookerfish stimmt na warte mal warte mal es gibt es noch ähm mein Picks verleihe ein Picks Achievement Achievement wo ist ein Picks ein Picks ich weiß nicht wahrscheinlich wegen einem Monument kriegt man sowas auch dazu Cry at the End da müsste das End auch noch gehen wirklich? ja ich glaub schon ja es gibt ein End Portal Enchant wir brauchen genau wir brauchen Obsidian Flo erstmal Obsidian aber laul wie cool der Weg aussieht wo auch Obsidian ist erstmal da haben wir sich den Kopf an Flo bei der Treppe du musst auch noch besser machen wirklich? ja ja warte 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 ich brauch grad was warte ich schreib's in den Chat äh äh light light grey ich hab jetzt nämlich was gemacht Terracotta oder a clay hell grauer clay was brauchen wir noch äh hell grüner clay clay äh was ist das blauer clay oh nein hab ich Slash gemacht blauer clay blauer clay ja jetzt hab ich grad Dings warte ich hab oben was ok ich probier's was aus für dich glück auf spontan Skelett grüner clay und einer einer hat auch geschrieben in den Kommentaren dass irgendwie oben so ne Insel irgendwo ist wirklich? ja ja irgendwo aber das ist ein Skelett oh ich hab's abgeschossen warte ich arbeite oben an dem an der Skelett Dings Zeugs für die Quest ach so ok schau mal da oben schau mal schau mal oben auf den Berg ich hab da oben hochbaut und ein Block im Baut das ist da kann ich das Skelett sparen glaube ich also da meinst du ja ok und ich muss jetzt 50 Kilometer runter warte warte kann ich jetzt meine Render Distanz kann ich meine Render Distanz komplett hoch machen glaubst du das ist eine Insel oben irgendwo? ne oder? nein ich glaub nicht ich glaub auch nicht ich glaub das ist nur bei der anderen Map es gibt mehrere Zeile es gibt mehrere Zeile von der Map so die Bibliothek ey schau mal wir haben jetzt genug Gold für den Goldapfel schau mal ich glaub wir bauen nur 8 Volt oder? ich hab einen Apfel komm her komm her wo bist du? hier hinten ist ein Apfel das Ding ist mit voll warte schau mal unten schau mal ob's geht Sekunde ich lage mal Flo wir brauchen eine zweite Chest hast du noch irgendwie Chest? boah deine zweite Chest äh hast du noch Holz im Inventar? ich hab kein Holz mehr wirklich warum? keine Ahnung dann pflanzt halt den Baum also stimmt ja ich hab den Baumhiel noch gell hast du das andere? ne die Knochen liegen noch drinnen warte mal ich geh mal hoch bam 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 ähm bauen da auch noch Licht so easy 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 so easy tschungelholz weiß ich doch ob da noch Schokobin ist warte 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 ist es noch oben okay beim Plan funktioniert warte kannst du kurz erwarten dass sie äh saiblen gesprungen nein das ist runter gesprungen warum sprung ich das gar nicht drunter er wo ist runter gesprungen da oben war gerade eins auch bei meiner Pfahle da ist Zuckerrohr doch ist da oben ich weiß nicht mehr ich hab Zucker wenn du willst ich hab auch Closedone von deiner Witch bekommen Closedone und Redstone Redstone ich weiß nicht ob das ein Chiefman ist aber glaub nicht mach ein mach einen Kuchen das ist ein Chiefman und ein Brot ein Brot wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen Eier von Hühner irgendwie ja stimmt warte mal warte mal das dann saiblen rauskommt leg du leg du auf ein Ei Tops wird es sicher können wo bist du ich mach ein Brons saiblen oben bin ich jetzt gerade ein Skeleth gespawnt nee RIP oh no du musst mir da jemanden sie abbauen dann kriegst du ein saiblen sicher du musst ein Block im Warte depp RIP ich hab noch einen anderen Sapling aber ich weiß nicht ob du wachst nein ich glaub du brauchst mehr oh no wie können wir mehr oh no 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 egal wenigstens haben wir schon Holz ich glaub ich hätten es egal äh du musst weg gehen ich glaub die spawnen nur wenn wir weiter weg sind oben ich brauch die Quest das ist meine Lebensaufgabe meine Lebensaufgabe ein kleines Dings so ich will jetzt eine neue jetzt kann ich genau jetzt eine neue Chess machen da easy alright was sag ich unser heutiges Ziel unser heutiges Ziel unser heutiges Ziel ist eigentlich ähm Enchantmentisch eigentlich das war relativ cool oh stimmt da können wir verzaubern ja 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 kannst du ja ich mach ich hab ein bisschen Opsiden gefahren vorher mit meiner Däumen Spitzhack aber ich nutze sie nicht gut was nicht viel hast du für ein Nether Portal auch gefahren? oh no oh no vielleicht ist unten noch Opsiden oder so von daher ich schau mal äh äh was soll ich jetzt machen? äh genau goldapfel gold 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 hast du gold geschmolzen? ja ein Stack oder so achso lol okay ich sehs grad so oh ja ich hab's ich hab ihn was muss ich machen? und muss ihn achso ich muss den OP Dings eat a notch apple weißt du was wir für den brauchen? wir brauchen acht goldblöcke ja aber haben wir so viel? mit einem goldblock mit einem goldblock acht goldblöcke oder? mit einem äh goldapfel acht goldblöcke oder? mit einem normalen Apfel du craftest aus acht aus acht goldblöcken und einen goldapfel ja und einen normalen Apfel oh oh äh hast du noch Apfel? ja hab ich warte okay 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 nice hab ich schon gedacht egal also ich dachte mit einem normalen Dings das Ding ist wir brauchen jetzt noch gold da kann man nicht goldnuggets irgendwie oh stimmt man kann goldnuggets umcraften und gold das meine ich ja das ist ein Mencher was du machen solltest Sekunde sieben gold Dings es geht sich genau um einen Block nicht aus oder warte? ne wir brauchen genau einen goldblock noch da ist noch vier Bahnen was haben wir noch irgendwo noch? irgendwas zusammenkratzen hast du noch mehr gold geschmolzen? ne oder? wir brauchen ganz wenig gold mehr ne ist nichts mehr wir brauchen genau ähm drei goldbahnen drei goldblöcke ok wenn du hochkommst 29, 30, 31, 22 ja ich hab genug ok alles gut es gibt keine Insel das ist Baulimit hier wirklich? ja oder? ne ich brauch doch noch bissl oh no ich brauch genau ein goldass kannst du kurz vor holen gehen ein einziges goldass warte kurz ich bin grad auf einer wichtigen quest ich geh grad äh gleich runter also ist eigentlich egal soll ich die goldblöcke mitnehmen? weil ich sie in unten gleich hab und nach gold apple gole please Dings gib mir deine die spielzeuge nachher noch was soll ich mir selber machen wie kann man denn die quest machen mit 50 blöcke entfernung? geht das nicht? nein das ist wahrscheinlich nur ein fern hum wahrscheinlich nicht nach unten sondern in die XY Dings ja aber das geht nicht nein eher auf Distanz nicht nach oben sondern gerade glaube ich das wahrscheinlich die letzte quest die wir machen müssen außerdem ich hab ich hochbart und wenn du es schon willst höher gehst ich bin beim limit wirklich? ich muss das eine gold noch schnell er fertig Dings ins ich mache es immer die worte wenn ich sterb dann was warum okay die diamond so gehe ich mir lieber mal rein da ist der pilz unter unsere traptors ist doch ein gold bahn oder paar golddings bitte sage ja ein gold hast du ein gold jetzt noch ein gold irgendwas bitte auch genau ein einziges da unten waren sie kann es holen ich kann auch obsidien holen ja hol mal obsidien warte ich komme actually erholen obsidien alles ich warte hier oben ich habe selber ein goldblock noch die ganze zeit in meinem tag gehabt ich habe noch obsidien ich habe viel obsidien ja holt zwölten immer mal holen 16 das nochmal mit 14 14 10 10 reicht für ein portal und 4 reicht für ein dings entscheidend irgendwas anders machen wir jetzt endlich brot und alles ja brot dings habe ich das noch nicht was wirst du das stroh hingeben das heu kürzlisch rollen heu das ist echt ein super typ warte 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 ist super super geil ja wirklich könnt auch wenn ihr irgendwie noch tipps habt oder so einfach eigentlich ja ein paar aber nicht viel und dann haben wir eine gold dings noch eine gold hole mit efficiency für ein warum die achterbahn dinge ist brauchen wir auch noch wenn du noch eins ja aber das mache ich nicht oder vielleicht doch 1000 kilometer ich mache das ist der emerald bist du kommst mache ich es die statistiken wie lange bin ich gefahren 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 du musst immer neue statistik aufrufen ja warte der bestätigen wo stehen das ja eine kiste gefunden melancid chest open da ich habe schon 88 mal jeska führt interaktion kraften table 20 mal dings ich habe noch mehr gold gefunden und apfel und rein schreibt im sound트 nene james respekt in fast 1000 sd gespungen haben wir discons worc sprint vor dem flop год bei minecars elf meter bin jetzt elf developer 29 meter das gehe ich wohl schnell umkreis fahren war ich jetzt ne weile deswegen bin ich willkommen nur schécole ich habe jetzt alles was wir brauchen was du rückwärts fahrst rückwärts 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 fahren aber ich muss erst mal stoppen warte zählt das warte 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 oh lol enchanter passier es irgendwo warte kannst du dir wieder abbauen ich kann nicht rückwärts fahren glaube ich 84 meter bin ich schon dann bleibst drin jetzt bin ich rückwärts gerade irgendwie fahren in die andere richtung das ist richtig witzig weil ich muss so kurz irgendwie friendly creatures ausmachen weil sonst der ganze zeit things als minecart wie lange bin ich schon fahren 127 meter gleich haben wir es eigentlich gegen das goldblock oder willst du die ganze zeit fahren ich kann fahren muss auch ganze fahren aber ich habe schon so viel gut ich eigentlich muss ich ich bin schon so weit gefahren weil ich meine mein dinge das hörst du in enchanting sound nicht das ist enchanting sound lol enchante ich glaube das nur einmal hast du schon bücher auch gell ich mach mal jetzt dir schwert auf ehrenmutter basis auf ehrenschwester auf ehrenmutter basis oh mein gott ich habe power bekommen vom bogen das war die kurse port zwar und nein ich muss ein gold mal kurz ich habe es immer mit ihren schwester wo ist ein gold oder ich habe nur panofatopods geben schwer zu mir entschannen hey ich habe ein woher was wahrscheinlich irgendwo getroppt kriegt wahrscheinlich ich weiß nicht wo ich jetzt mein lapis lazus lehnen das war da nichts machst du musst du den schaden ich hab nur bahnofatopods ich hab schon wieder nur bahnofatopods haben wir nur eine ich habe das zwei ok ich habe ich habe jetzt ich habe jetzt was für die mensch auch jetzt eine halb dinge ist gemütlich gemütlich im goldblöck im goldblöck im goldblöck im goldblöck das macht zwei herzen schaden er war das einzige was wir gehabt haben bis zu warte weil ich habe es nötig ist das hütchen einsperren nein 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 nicht gewächs ist noch wir können eigentlich das hühnchen mit ich habe ich habe zu bord wenn er warte nein nicht das kriegt ja ja ich bock auf vorgarten dinge ist jetzt ja aber schau das ist unnatürlich es bricht aus das kann ich ausbrechen das ist sound flow stimmt müssen wir es füttern ich habe melons seeds melons seeds pflanzt die ansatz haben das eigentlich für den kuchen gebracht oder ja genau stimmt wenn man noch stimmt dass das hund liegt ja ja aber das und legte wieder ja das heißt profit isi bin ja was ist wenn ich hier gespawnt wäre ja dann ja ist ein gold genau ist jetzt kann ich den kraften so easy ich habe meine eigene enchanten ja meine eigene hat am breaking das ist sehr gut dass man muss sie mit gold verkraften nicht mit ding es geht gar nichts von beiden in gott probier mal hätte kommt normaler aber dann gold blöcke funktionieren nicht doch nein ich kugel wie geht es dann ich kugel jetzt hau zu apple 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 so es haben wir tausend mal kinder so rezept gold apple ganz normalen erhoff es funktioniert nicht so mal ja dann würde ich mal jetzt sagen dass das ist was wie die heutige folgen das dann like und ein abo da für mehr und ciao